Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Heute klären wir die einzigen zwei essentiellen Schritte, um ein perfektes Steak zu grillen. Warum ich dieses Video genau so aufziehe und wie ihr ein richtig gutes Steak auf gar keinen Fall nie wieder verhauen werdet, das klären wir in diesem Video. Los geht's! Im Vergleich zu vielen anderen Videos, auch im Vergleich zu einem meiner Videos, ein perfektes Steak grillen in sechs Schritten, acht Schritten, zehn Schritten, in 13 Schritten, in 20 Schritten, was auch immer, wo alles Mögliche erklärt wird, was man beachten kann, zu beachten hat, Fleisch vorher rauslegen, ruhen lassen und so weiter. All das wird in diesem Video hier nicht thematisiert, dass das wichtig sei, sondern ich erkläre euch eher, warum das weniger wichtig ist. Und wir konzentrieren uns wirklich auf die zwei essentiellen Steps beim Steak grillen, so dass ihr jedes Steak, egal wie hochwertig das ist, immer perfekt hinbekommt. Denn viele, vor allem am Anfang, haben Angst, wenn man mal richtig gutes Fleisch hat, wird es nachher auch genau so, wie ich das haben will? Oder verbrate und verbrenne ich da im wahrsten Sinne des Wortes gerade ganz viel Geld? Machen wir eine kleine Challenge. Wenn ihr nach diesem Video sagt, boah, das Steak, das ist wirklich gut gemacht, das ist genau so, wie ich das auch gerne machen würde, dann müsst ihr mir ein Abo dalassen. Wenn ihr nach dem Video sagt, nee, das hat er jetzt irgendwie nicht so toll hinbekommen, dann lasst ihr mir kein Abo da. Ist das ein Deal? Wenn ja, dann gebt mir jetzt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar, ob ihr abonniert habt. Für das Video heute nutzen wir nichts Geringeres als deutsches Biru Wagyu Shio Miso Aged von Adventure. Meiner Meinung nach aktuell somit das beste Fleisch, was man aus Deutschland bekommen kann. Mit einer Marmorierung, die macht sogar Kobe Beef Konkurrenz. Und was ich persönlich am wichtigsten finde, mit einem unfassbar tollen Rindfleischgeschmack. Dieses Steak zu verhauen, wäre eine Schande und deswegen liegen auch für mich die Maßstäbe heute ganz hoch. Ein Kilo von diesem Fleisch kostet nämlich schlappe 400 Euro. Wenn ihr euch sowas mal gönnen wollt, also wirklich nur mal gönnen wollt, jetzt nicht permanent sowas zu essen, sondern einfach mal sagen, ich will ein richtig tolles Stück Fleisch kaufen, kann ich euch das empfehlen. Und ich habe für euch einen richtig saftigen Rabatt rausgehandelt. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort könnt ihr das bestellen. Ihr kriegt bei Adventure natürlich auch schon deutlich günstigere Stücke. Normalerweise startet ein Video jetzt damit, dass man so ein Fleisch aus dem Kühlschrank holt, dass man es auf Zimmertemperatur kommen lässt, bevor es auf den Grill kommt. Und all das machen wir heute nicht, denn das ist meines Erachtens nicht relevant. Ihr könnt das direkt aus dem Kühlschrank nehmen, ihr könnt es auf Zimmertemperatur gehen lassen oder ihr nehmt es sogar gefroren. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das funktioniert auch sehr gut. Allerdings würde ich euch empfehlen, wenn ihr euer Fleisch tiefgefroren bekommt oder frisch bekommt, packt es in den Kühlschrank. Das tiefgefrorene lasst ihr einen Tag lang auftauen. Das Frische bleibt eben im Kühlschrank, solange es haltbar ist, bis ihr es grillt. Und dann packt ihr es aus dem Kühlschrank direkt auf den Grill. Damit macht ihr es euch erstens am leichtesten und zweitens geht ihr kein Risiko ein, dass euch das Fleisch noch verdirbt. Mein Steak ist nämlich jetzt hier direkt aus dem Kühlschrank geholt. Wir haben jetzt hier ein richtig dickes Filetsteak. Ihr könnt ein Steak dieser Dicke wunderbar genauso garen, wie ich euch das jetzt zeige. Ich werde hier aber einmal das Filetsteak in der Mitte durchschneiden. Wir machen daraus zwei Steaks, die wir jetzt gleich vergrillen werden. Das heißt, egal welche Dicke von Steak ihr habt, mit meiner Methode nachher spielt es überhaupt keine Rolle. Ihr werdet genau wissen, wann das Steak nachher fertig ist. Nur ein dickeres Steak braucht natürlich länger als ein dünneres Steak. Um ein Steak zu grillen, gibt es jetzt auch unterschiedlichste Grillmethoden. Vorwärts, rückwärts grillen, all das habe ich schon in Videos euch gezeigt und mal miteinander verglichen. Auch das verlinke ich euch hier oben und unten in der Videobeschreibung. Heute bleiben wir ganz simpel, basic beim Vorwärtsgrillen. Das heißt, wir grillen das Steak scharf an und lassen es dann indirekt auf Kerntemperatur ziehen. Das scharf angrillen ist auch direkt Schritt Nummer eins für ein perfektes Steak. Dafür den Grill maximal vorheizen. Wir nutzen jetzt bei unserem Röstle nicht die Prime Zone, also unseren Keramikbrenner. Heißt bei manchen Grills dann auch Sear Zone oder Sizzle Zone. Ganz einfach, weil das nicht jeder hat. Wir nutzen wirklich jetzt unseren Brenner Innenraum und dafür mal wirklich alle Brenner volle Pulle hochheizen und für 20 Minuten den Grill richtig vorheizen lassen. Ich weiß, es ist ein Gasgrill. Man neigt immer dazu, bei einem Gasgrill zu sagen, nach fünf Minuten ist er ready, ich kann grillen. Das ist er aber nicht. Wirklich 20 Minuten die Roste richtig heiß werden lassen und dann kriegen wir auch ein vernünftiges Branding an unser Steak. Bevor wir das Steak jetzt aber nackt auflegen, müssen die Roste sauber sein. Im Idealfall ein bisschen eingefettet. Dafür nehme ich ganz gerne ein Fettrennspray. Brenner ausschalten, Fettrennspray drauf, Brenner wieder einschalten. Perfekt. Und dann fetten wir auch unser Steak nochmal ein bisschen ein. In diesem Fall jetzt macht man das idealerweise mit ein bisschen Wagyu-Fett, was man vorher vielleicht ausgelassen hat und im Kühlschrank hat. Das haben aber die wenigsten. Also nehmt einfach einen Tropfen Olivenöl. Einfach so, dass das Fleisch wirklich ein bisschen eingeölt ist, damit euch nachher auch wirklich nichts kleben bleibt. Die Aussage, ein Steak löst sich immer von alleine, sobald die Röstaromen da sind, die stimmt nicht ganz. Ab einer gewissen Stufe an Röstaromen stimmt das zwar wieder, aber das sind dann Röstaromen, die ich eher als Kohlenstoff bezeichnen würde, anstatt als Röstaromen. Wenn wir diese Kleinigkeiten alle beachtet haben, dann kommt unser Steak leicht eingeölt auf den leicht eingeölten Rost. Nach dem Auflegen drücken wir jetzt mit unserer Zange die Steaks einmal tatsächlich so ein bisschen flach. Keine Sorge, die verlieren dadurch keinen Saft, aber wir sorgen dafür, dass Kontakt zur Grillfläche hergestellt wird, also zu unserem Rost und das Branding deutlich gleichmäßiger wird. Wir wenden unsere Steaks dann nach 60 bis 90 Sekunden das erste Mal und grillen auch permanent bei geöffnetem Deckel. Wir wollen nicht die Umgebungstemperatur und die Temperatur, die unser Deckelthermometer anzeigt, sondern wir wollen die Strahlungshitze von unten haben und die haben wir bei geöffnetem Deckel auch. Ein Nachteil bei geschlossenem Deckel ist, dass wir da eine hohe Umgebungstemperatur haben und der Bratenrand beim Steak nachher größer wird. Also Steaks angrillen immer bei geöffnetem Deckel, alles andere, fast alles andere immer bei geschlossenem Deckel. Mit der Zeit kriegt ihr ein Gefühl dafür, nach wie viel Sekunden ihr wenden müsst. Die Brandings sollten so aussehen wie hier, nicht dunkler. Alles was ihr häufig so seht, was schwarz ist, das ist nicht mehr unbedingt ein Branding. Das ist kein Geschmack, den ihr haben wollt. Da haben wir dann wirklich verbranntes Eiweiß und das schmeckt bitter. Das ist nicht der Geschmack, den wir nachher beim Steak haben wollen. Das ist auch kein Grillgeschmack, auch wenn das häufig so verstanden wird. Wenn das Branding so ist, wie ihr es euch wünscht, nach ein bis zweimal drehen. Wir haben jetzt hier so ein Karomuster reingemacht, dass wir jede Seite zweimal angegrillt haben für circa 60 Sekunden. Ihr könnt aber auch drei, vier, fünfmal drehen, bis ihr eine flächendeckende Kruste habt. Nehmt das gar nicht so genau. Ob ihr einmal wendet, zweimal wendet oder fünfmal wendet, spielt hier nachher keine Rolle. Es sollte nur nicht zu schwarz werden und es sollten Röststoffe gebildet sein, also braune Farbe am Fleisch. Dann legt ihr euer Steak einmal oben aufs Ablagerrost in die Mitte eures Grills. Bei einem Drei-Brenner über den mittleren Brenner, bei einem Vier-Brenner über die mittleren beiden Brenner. Und diese Brenner, die drehen wir aus. Die äußeren Brenner, die lassen wir an, drehen diese aber auf kleinste Stufe. Egal wie stark euer Gasgrill ist, die äußeren Brenner immer auf kleinste Stufe. Das wäre eine Deckeltemperatur zwischen 100 und 150 Grad haben. Habt ihr einen sehr leistungsstarken Grill, dann nehmt ihr nur einen Brenner und packt die Steaks auf die andere Seite, also auf den entgegengesetzten Brenner, möglichst weit weg von der Hitzequelle, damit die Temperatur jetzt im Grill möglichst niedrig ist. Sie sollte unter 150 Grad Deckeltemperatur liegen. Damit sind wir nämlich jetzt schon direkt in Schritt Nummer zwei, und zwar das Gar ziehen lassen auf die gewünschte Kerntemperatur. Je nach Steak, je nach Fleischqualität könnt ihr da eine Temperatur wählen zwischen 50 und 60 Grad Celsius bei einem Rindersteak. Ich habe euch dazu auch mal ein Video gemacht zu den richtigen Kerntemperaturen. Auch das verlinke ich euch hier oben und in der Videobeschreibung. Und ihr messt das mit einem Kernthermometer. Ich kann euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Jeder, der sagt, man kann das hier irgendwie mit einem solchen Drucktester herausfinden, da sage ich ganz klar nein. Jedes Tier hat eine andere Genetik, ist anders aufgewachsen, die Reifung ist unterschiedlich gewesen, die Qualität ist unterschiedlich, der Grad der Marmorierung ist unterschiedlich, die Dicke ist unterschiedlich. Und das Ganze kann man nachher einfach an so einem Drucktest nicht mehr adäquat herausfinden. Die einzig wirklich effektive Methode, und das benutzen auch Sterneköche und die Weltklasse Griller dieser Erde, ist ein Kernthermometer. Deswegen kauft euch vernünftige Kernthermometer, nicht nur mit einer Messsonne, sondern mindestens mit zwei. Die meiner Meinung nach preisleistungstechnisch besten Thermometer verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Ich habe bei diesem Steak jetzt mal zwei Temperaturen gemacht, nämlich 53 und 56 Grad Celsius. Das eine geht eher in Richtung Medium Rare, das andere in Richtung Medium. Ich mag es vor allem bei so einer Fleischqualität lieber Medium Rare. Und dieses Steak hier, das ist so unfassbar toll in seinem Geschmack. Es ist so zart, es ist so weich. Filet wird immer vorgeworfen, es wäre nicht so geschmacksintensiv. Aber bei diesem Steak hier kann ich das absolut nicht behaupten. Jetzt würde natürlich im nächsten Step der Schritt kommen, salzen. Manche machen das auch vorher, manche nachher, manche Dry Brine. Dazu kommt auch nochmal ein Video. Das ist noch nicht online im Gegensatz zu den anderen Videos. Aber dieses Steak hier braucht gar nichts. Kein Salz, nichts. Es ist so voll im Geschmack und es ist salzig, ohne dass ich es gesalzen habe. Und das liegt an diesem speziellen Shio-Misu-Aging, diesem Dry-Aging-Verfahren, was der David von Adventure selber entwickelt hat. Und als er davon geschwärmt hat, habe ich gedacht, ja, ja, mal gucken. Aber seit ich dieses Fleisch gekostet habe, ich kann kaum noch andere Steaks essen, muss ich ehrlich sagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber genug von diesem Steak geschwärmt. Ich kann es euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ist eine ehrliche Empfehlung. Und ihr seht jetzt, wie einfach man ein perfektes Steak grillen kann. Erstens scharf angrillen, lasst es nicht zu schwarz werden, bringt Röstaromen dran. Zweitens bei möglichst niedriger Temperatur. Je niedriger, desto besser das Steak auf Kerntemperatur ziehen lassen und diese Kerntemperatur mit einem Kernthermometer überprüfen. Wenn ihr das macht, habt ihr immer ein perfektes Steak. Und mehr ist da nicht dran. Das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder von euch nachmachen. Und ich hoffe, diese Anleitung hat euch geholfen. Wenn ja, dann lasst mir nämlich gerne ein Abo da. Gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir einen netten Kommentar. Und gerne auch Video-Wünsche für weitere Videos. Alles, was ich rund ums Thema Grillen erklären soll. Und wenn ihr zusätzlich noch neue Ideen für Rezepte braucht, auch dann unbedingt ein Abo dalassen. Denn jeden Samstag gibt es hier ein neues Rezept. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.